Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen zurück zu einem Video zu L22 Challenge, was mit mir lieben, JGamer. Moin. Hallo, Fabi. Hallöchen. So, es ist immer falsch dabei, hier ist die Lacheparten zu verkaufen, zu fahren. Na, was schönes daraus kaufen? Äh, ja. Ich könnte noch mehr Silage wegfahren, aber das mache ich nicht. Die Silage, worauf ich im Bunker, die kannst du übernehmen, oder? Nö. Ne, die, worauf ich nicht im Bunker vom Dings, die, worauf ich im Silo. Ja, gut, dann kriegst du halt einfach Silageball hingestellt. Hm. Oh, das ist ja gut, wenn ich, äh, Silageballen kriege. Das sind, äh, ich mach das Ding auch gar nicht auf, dass du das weißt, äh, das sind, ich mach das Ding jetzt auf, aber, ja, 700.000 und 200 Liter, also 700.000. Okay. In anderen Bunker, das ist, äh, nicht revelant, das hat 4000 Blätter drin, das ist egal. Ja, ganz ruhig, ne. Ja. Ja, die Wiese, wo der Stall von Ossi draufsteht, ist nicht ganz die beste. Warum? Ja, die irgendwie gerade zu ziehen, entweder passt das dann in der Straße nicht, dass du voll die Kante drin hast, oder der Stall ist zur Hälfte weg, oder, oder, oder. Genau. Oder ich müsste es aber eigentlich so haben, dass es halt schön ist. Ich hoffe, genau, dass auch mal ein Problem beim Gutschatzen platziert. Ja. So, eigentlich müsste ich einfach so platziert. So, dass er wenigstens Platz wegknimmt. Ja, gut, ich mein, ich könnte jetzt hier... Geht das? Das geht schon. Da ist Ossi aber nicht mehr zufrieden. Ei. Du hast ja vorne die Ecke zwischen Mauer und diesem Unterstand. Wo du jetzt noch die Ballen drin liegen hast. Ja. Ja. Da wird er hinpassen. Ja, ja, geht sogar. Ich hab gehört... Doch, doch, das geht sogar mit den Paletten. Ach, ja, stimmt. Wieso? Wenn man den, ich hab das für mich jetzt herausgefunden, wie das funktioniert, wenn du den Trigger ein ganz klein wenig anhebst, geht das. So hab ich das nämlich auch gelöst mit deinen Wall-Paletten. Weil die würden jetzt auch auf dem Asphaltsboard, aber wenn du den ein bisschen anhebst, dass der überall über der Kante ist, dann geht das. Es ist aber zum Kotzen. Du hast jetzt sogar zwölf Eier-Paletten-Kapazität. Nein, Meter! Ja, das denk ich mir auch grade. Warum besitzt du keine geraden Grundstücke? Oh, ist... Ja. Ah, hier, ich nehm einfach deine ganz große Wiese, die du da hast. Nein! Warum? Dafür hast du ja den Platz, den er darf verlieren. Hier ist auf der kleinen Wiese. Nein! Aber warum? Nein! Deine Wicht fällt 23. Barbie! Ja, ja, alles gut. Das heißt, hier ist auf der kleinen Wiese, wenn ich dann lass es so. Coons ist... ... ... ... ... ... ... ... was der dazwischen ach komm ja das sehen wir dann das geht doch nicht der bunker ist auf jeden fall leer gesundheit oder muss doch nicht ließen drill 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 mein geld und alles wird ja so übernommen oder farby ja 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 50.000 euro abgezogen und du sagst du schmeißt mir das wieder in ballen oder oder du selber aber das wird den ballen kommen oder ja das heißt ich könnte meine förderbänder jetzt schon verkaufen ja moment mal du hast da nur vorübergehend ballen weiss nicht ob du danach weiter er will doch gerade als flasband machen ach so ja weil wegen ladewagen da war ich jetzt ich will beim machen das wird in ballen kommen 100 prozent ja mein gott ich habe eine frage war unter einzelkranktechnik haben sie leben können mit dem fronttank ja die hat aber meine ich nur dünger in dem fronttank drin kann ich den fronttank auch zurück bei kuhn benutzen ja gell ja gut das geht du hast halt nur bei den fronttank der geht halt einfach nur dünger rein das ist halt der nachteil daran deshalb wenn würde ich den von der feder statt weil da gibt sie feder statt überhaupt noch ich glaube gar nichts in der scheiß schlimmer für das rückwärts was ist das für ein scheiß weder starten okay weil der hatte nämlich damals auch sagt gut deswegen jetzt ist die einzige konnte lasst du eigentlich cool was ich hier mache das gibt es gibt Ach, Digga. Faktori ist da. Weil, Fabi, die neuen Sachen könnte ich mir auch schon kaufen, dass das beim Händler steht, oder? Ja. Ja. Also einfach lassen. Das ist natürlich noch besser, ja. Umso weniger Fehler können passieren. Ja, naja, dann... Ich bekomme jetzt Geld drauf, also alles gut. Ne, das zieht jetzt ab. Gerade aus dieser Stall, die haben wir richtig schön platziert. Ja, der Stall ist so auch schön platziert. Ja, du siehst nur aber was von dem... ...Zaun-Gedings. Hat sich das schon mal... ...großartig getan, oder? Was hab ich denn noch? Oh, mein Gott. Na ja, mal gucken, was ich noch in was habe. Ja, das brauch ich. Ja. Hier, können wir nicht geben. Ne, alles gut. Gott. Kann man überhaupt hin? Ich habe eigentlich vielleicht mal ein paarQUE-Siegelchen für den bisschen abgeschoben. ...zudem zu haben. Wenn wir jetzt einmal die BKE einmal kurz hier laufen sollte, ist auch noch mal. 70 macht 96.000 213.000 euro 96.000 117 minus 110.000 kostet die dritte wir haben noch 7000 auf jeden fall ist ja logisch haben wir noch eine sache 50.000 fehlen mir danach ja so ist es die gewächshäuser müssen wir alle wieder hinstellen oder separat ja ok ist jetzt die frage theoretisch ozis kuhstall kann ich mit der kompletten kapazität und alles mögliche so übernehmen dann ist halt nur alles was ab jetzt produziert wird wäre dann halt ja verschwendet sag ich mal wenn das so für ozzi ok wäre oi gut dann kann ich nämlich einfach so eins zu eins übertragen geht halt nur woanders aber ne eigentlich warte mal kurz ich hab nachher kurz nachher kurz ein einziger vorteil den du natürlich hast ist dass die kühe halt genau die gleiche effizienz haben und alles was deine älteste kuh deine ältesten kür sind 28 jahre was ja oder monat ich weiß nicht ich stehe halt nur age 28 deswegen so äh ne aber ich hab mal kurz wenn wir ja den äh spielstand übernehmen dann sollte doch dann sollten doch auch die gewächshäuser dastehen bleiben du raffst das nicht oder hä wir übernehmen nur die fahrzeuge den spielstand können wir nicht übernehmen achso wir ziehen uns zum ersten mal um das weißt du doch eigentlich ich kann die sachen nicht mitnehmen so weil ich das terror auch angepasst habe ich habe das aufs originale zurückgesetzt achso so tipptopp warum nicht top tipp ok top tipp so DGA unten der kurz ist noch im Laden da sind Räumchen so was ist jetzt das die letzte Tour ist die Arschbahn verkaufen es reicht dann aber nur die Tour verkauft Journey oh ernst a гр z o 3 hintereinander so hätte ich das vor hoher oder gell n weißt du dann reicht das Feld hier nicht du hast sowas von vergessen d Fabi, ich hab ne ganz doofe Frage. Das ist jetzt nur doofe Frage. Alter, hat gerade 300.000 Euro gemacht durch Ballenverkauf. Jo. Was denn, Dickerchen? Kannst du kurz zu mir kommen? Moment. So, ich soll kurz zu dir kommen. Warten wir kurz. Nur wenn du könntest, sonst... Ja, wo bist'n du? Hier unten, bei den Feldern. Unten? Das ist gut. Nee, oben. Gegenüber von der BGR. Ah, ja. Da ist er. Könntest du mir hier die Holzdinger wegnehmen? Ja, der will die Felder zusammenlegen. Vielvorteile erbringen, tu ich nicht. Ja, wenn nicht, ist das schlimm. Nur wenn du könntest. Ja gut, können tu ich das. Ah. So. Also. Ah. 85. Boah, das ist jetzt echt scheiße. Ob ich jetzt die Lämmchen kaufen oder die Kuhn. 60.000. 50.000. Lämmchen fest als 16,010. Ah, jetzt. das richtig. Äh. Ach, man ey. Also ich hab' die Kuhn mit dem Kuhn fronten genommen. Ja. Es gibt einen Kuhn fronten. Ja. Schön. Äh. InterC-Technik. Und das passt wirklich zu 100%, sie übernimmt die Schläuche und alles. Ja, das wusste ich nicht. Doch, doch. Ja. Ja. Die Lämmchen kostet halt 9000 Euro mehr. Aber dafür fährst du halt schneller. Dafür fährst du halt schneller. Ja. Aber du musst halt auch einsehen, bei der Lämmchen hast du genug Düngemittel mit. Ja. Aber hier hast du natürlich nachher genug Saatmittel mit. Bei der Kuhn kannst du auswählen, ob willst du mehr Saatmittel oder mehr Dünger mitnehmen. So. Und dem Fronten kannst du sagen, ob willst du Dünger oder Saatmittel mitnehmen. Ja. Da hab ich gesagt, stehen so zwei geile Holzschalter, die wir gerne weg sollen. Ja. Sind weg. Das ist nett. Ja, ich weiß, dass die Folge schon vorbei ist, aber ich will die letzte Tour gleich mal verkaufen und den. Ich soll Sachen kaufen, aber ich will es wohl stimmen. Ich bin gerade im Moment am Suchen. Was? 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 Ich bräuchte noch eine freie Stelle, sagen wir so. Will der sich jetzt schon mehr kaufen? Ja, das wird denn eine neue Version sein, wo ich mir kaufe. Aber das verrate ich euch nicht. Jetzt spannst du die Leute jetzt zwei Wochen lang auf die Folter, ah ne, leicherlich. Ne, nur uns zwei Wochen lang. Stimmt. Scheiße. Blöd gelaufen. Ich frage was, was lustiger ist. Was denn? Für 80% werde ich das eh wieder vergessen. Safe, 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 safe. Das ist noch viel witziger. Aber Jacky ist nicht böse gemeint, ist nur lustig. Ja. Ja. Dann ist ja gut. So, weiter geht's. Ich würde mal sagen, hier ist der Endpunkt von diesem Feld. Dann müssen wir jetzt mal gucken, ob das so passt hier drauf. So Leute, ihr seht schon, was es ist. Ach ne, jetzt hätte ich das nicht sagen sollen. Oh, sie kann auf meinen Kanal gucken gehen. Das ist so, ja. Das war auch von Jacky. Super. Eingefallen. Wreck nochmal. Hä? Die Folge lade ich noch nicht hoch. Haha. Dann vergisst er so hochzuladen. Ja, du das meinst. Ah, das wird fies knapp, wirklich. Das wird fies knapp, Leute. So, was brauche ich denn noch? Dann brauche ich noch mal... Da wird noch ne BGA passieren. Was? Ach. Ich werde mit dir. Ne, es wird keine BGA, das kann ich dir sagen. Ach, Mensch. Das wird knapp. Ich muss mich gedulden, Leute. Es wird wirklich knapp. Ah, so. Das Silo muss ich später nachplatzieren. Das ist anders geladen. Also, du sagst offizielle Wege. Was? Ach, du bist erwischt, Aussi. Mann, ne. Also, ich war fünfmal gelangen, wie ich es wäre so einfach. Ich habe so random gesehen, warum ich auf die Karte geguckt habe. Ich habe ihn gefragt. Das ist Herbert, der hat gesagt, ja, glaube ich. Okay, das ist nett. Das ist nett. Das ist nett von ihm. Ja. Er kennt genauso jeden Landwirt wie du. Ja. Moment. Jetzt muss ich gucken gehen. Jetzt muss ich gucken, ob der Bauer wirklich hat. Nein, dass du nicht, aber das ist so ein zweites Nummer. Ah! Jetzt wäre es so ein Joke, Leute, wenn der wirklich so hieß. Das ist auf Herbert. Der heißt aber... Alter. Einen Namen, wo kannst du nicht aussprechen. So ein Ding ist es nicht. Aber gut sind halt französische Namen, ne? Also, zum Nachnamen Bourdon. Bourdon. Amélie Bourdon. Was für ein Buch? Bourdon. 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 Das ist ja irgendwie irgendwas zu essen, Alter. Ja, ja, das ist... Ja. Kannst du wenigstens seine Autoschreifkurse übernehmen? Ja, die kann ich übernehmen. Na gut, wenn ich das auch so schwimmen muss, dann fahre ich neu anfangen. Das war so klar, dass das von dir kommt. Wie denn von mir? Wenn dann... Ja, ja. Von Shaggy hätte es viel mehr gewartet. Erwartet. 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 War nicht so früh. Er hat länger geworden, um zu schalten. Ja, das ist so ein bisschen mehr Wartanärer. Ach Gott, oh Gott. Komm, Jürgen. Wie lange hast du noch? Ich? Ich stehe. Ist klar, ich probiere mal einen verdammten Sportpunkt aus, ich bleib stecken. Ja. Welchen denn? Den vom Landhandel? Hä? Reggie! Ich hab grad gerade aus dem Ritten passieren. Ja. Ja. Ich hab grad dazu nichts. Welchen Spawnpunkt hast du denn ausprobiert? Nein! Ja. 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 Boah. Ja, meinst du kann man in Technik? Wie soll es euch laufer herstellen, du Pflaume? Aaaah. Stimmt. Stimmt. Entschuldigung. Ganz ja schlecht verwaißen, glaub ich, auch machen, oder? Geht das? Doch. Geht. Gut, ich würde sagen, das war meine Folge, weißt du, wie es dir gefallen hat, lasst gerne euch wieder. Schau auf jeden Fall, es ist vorbei, bis nach einem Drama auf den Tag und haut rein, tschau. Tschüss. Tschüss.